das hast du richtig erkannt dank der hat aber ein großes messer tja satz mit x da war wohl nix der wenigstere war wieder eine arme wache so ist gar nicht so schwer also das material was ich mir angeguckt habe da haben sich alle ein bisschen doof angestellt aber das mag wahrscheinlich daran liegen dass die zwischendurch mit weil die kollegen da nicht alleine waren und sich auch miteinander unterhalten haben und führung gehalbert haben was das denn gibt es mir umbrau und hundestatue für die devil ist die hässlich seit wenigen minuten hallo willkommen 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 ach guck mal hier wäre ich sonst da runter gekommen ach hier äh alter hat der große hände was mit dem denn los wer ist er der würger oder was fall bittscherwood boyle zeugenaussage name des zeugen peter atkins beruf streichholzmacher der hat eine große zukunft vorsicht der wird reich streichholzmacher machte die per hand oder maschine am sechzehnten tag im monat der erde kurz vor mitternacht war ich gerade nach ein paar ails im pub auf dem heimweg als ich neben dem büro der bäuer gesellschaft zum pinkeln halt machen wollte habe ich stöhnen und das knarzen von möbeln gehört ich dachte mir da haben zwei leute gerade spaß miteinander und bin nachschauen gegangen du perverser kleiner drecksack aber als ich näher zum fenster kam fing mr boyle an zu schreien wie ein schwein auf der schlachtbank er war komplett verschnürt da war jemand in einem kapuzen umhang und ich schwöre ich glaube der hat mr boyle's eingeweide gegessen das muss der kronenmäuchler sein habe ich mir gedacht und bin so schnell wie ich nur konnte zum nächsten wachtposten wachtposten heißt das nicht nur wachposten und bin zum nächsten wachtposten gerannt und um hilfe zu holen und ihre soldaten hätten es noch rechtzeitig zu mr boyle geschafft wenn sie nicht eine halbe stunde damit verbracht hätten mehr eine strafe aufzubrummen weil ich mich übergeben musste nachdem was ich gesehen habe hätte ich hätte sich jeder übergeben sie sollten ein bisschen mehr respekt zeigen gesundheit der kollege auch geworgen können steht hier etwa einer vor der tür um aber nur einer okay ich glaube dahinten muss ich irgendwie längst rein theoretisch könnte ja auch wegmoksen aber der sich da mitten auf der straße ich glaube dass wir ein bisschen ungünstig ansonsten haben wir nicht viel weiter was hat der für hände junge oder der hängt hier schon lange ach kann sein nachdem das scheiß blut mir in die in die wurstfänger gelaufen ist ob der hängt hier auch schon ein bisschen länger rum der stinkt auch schon ein bisschen also wie ich morgens nach dem aufstehen zerstückelt vom kronenmäuchler kein freund von mir aber ob er es verdient hat so zu sterben zerstückelt würde ich das jetzt nicht nennen aber hey du bist bruce du weißt was du erzählst und stürzt um du bist bist du denn wir also kronen killer ist butschen die richtigen ich heißt die treppe runtergeladen wird wie ich denn da wo sich durch die haupteignungsführung ich bin begeistert von ja ich habe heute das vergnügen nicht arbeiten zu müssen dafür nächsten samstag wieder war eine kurze nacht bei mir großen ganzen musste ich mich ein wenig überwinden den stream zu starten aber da ich ein bisschen mich am riemen reißen möchte was das streamen wie was das betrifft so heißt das wort da ich das regelmäßig durchführen möchte hat das natürlich sitze ich jetzt hier und stürme und mir geht's gut und mir macht das spiel auch spaß also easy going stören dich denn so viele zuschauer tino oder woran ich das ist eigentlich eigentlich ist es also der einzige grund warum ich eigentlich gerade dissona zwei spiele ist dieser dieses durchaus bestehende bedürfnis mehr zuschauer anzuziehen und da das ding gerade hier von twitch auch promotet wird habe ich mir gedacht nur mensch spielst du es auch wenn es promotet wird kann es ja eigentlich besteht die chance da ein paar mehr zuschauer zu generieren und moment klappt das ja ganz gut finde ich so was haben wir hier ist hole naja eigentlich nur eine kugel kohle hatte ja fast nicht gelohnt hier ist viel von nichts da oben ist auch nichts zu machen hier wegen der sicherheit da liegt ein sack hoch nie ne schade da liegt auch ein sack an dem können wir nicht viel machen nix ach so ja gut das lässt sich tragischerweise nicht vermeiden weil ich sag mal so wenn du dir mal den chat bei gronk jeden freitag anguckt dass ein herz also wenn du dir mal den chat bei gronk jeden freitag anguckt also den kann ich auch nicht mitlesen ich weiß teilweise nicht wie er das macht aber das ist schon also wenn er liest das ist eine enorme leistung dass er da hinterher kommt und dementsprechend ist es halt so ne sag ich mal wenn du 20.000 zuschauer hast und jeder schreibt in den chat dann hast du dann durchrauschen das ist schon nicht mehr feierlich die musik wird gerade zu theatralisch gefährlich ist das richtig so werde ich gerade werde ich gleich weggemeuchelt von irgendwem oder aber man ich denke mal jeder streamer versuchte sein bestes um auch möglichst viel lesen zu können und mit seiner community oder seinen zuschauen interagieren zu können das ist ja nur aber manchmal ist es halt wie gesagt es ist schwierig du musst echt schnell lesen können die bei noch spielen und dann auch noch quatschen ist gar nicht so easy und ich bin da völlig unvoreingenommen habe da eigentlich so vom hype her nichts mitbekommen ich habe die kollektischen sehen die gefällt mir ganz gut weil dann die maske drin ist eventuell die ich mir sogar noch mal zu was passiert da nicht passiert da irgendwas gibt es ein achievement für die pc eine halbe stunde auf der schreibstelle rum und schreibt ihr roman oder so hier ist ein hinterher eingang da können wir gleich wieder raus schlavenzeln müssen vorne nicht raus vorher gucken würde noch ein wenig hier sind ich nehme mich noch mehr trisorskis halt da Münzen 1 knochen artefakte kenne ich schon oder wir kassel lehrte kasse ja mein geld ich habe das nicht erwischt mit münze mit münze jetzt ich hoffe wir haben handschuhe an ich glaube sowas wie fingerabdrüge gab es hier noch nicht ne Fügelmünze alter richtig kuhle richtig fettkohle ruhige atmosphäre meinst du jetzt von von mir aus oder vom chat aus oder wie meinst du das ich hoffe du meinst mich mein mich bin ruhig bin immer ruhig und völlig ruhig 5.489 zuschauerte liebe ronken ja nicht ganz also gestern waren es glaube ich teilweise fast 40.000 und ja ich glaube ich meine durchschnitt also ich gucke auch jeden freitag ich meine im durchschnitt ist er so bei 20 bis 25.000 und das ist ne verdammt das also das ist echt ne menge das ist wirklich ne menge weißt du ich wäre schon mit 10 zufrieden und er hat einfach mal so spontan äh äh 25.000 und das jede woche und das und und naja montags dann auch nochmal meistens um die 15.000 ne bei minecraft wenn er das dann streamt das ist schon enorm also das ist echt ne leistung da muss man echt sagen Hut ab und dafür dass es überhaupt nicht angekündigt ist auch nicht auf youtube oder so ich will gar nicht wissen was da dann los ist und gestern halt fast ich meine um die 40.000 waren es im maximum aber das hatte gästetechnische gründe da war nämlich die wunderbare lara loft war da klingt wie ein pornostar ist aber tatsächlich keiner und der smudo und es war sehr amüsant und alle hatten spaß ich auch ich hab auch gelacht Brief an laura laura erklär mir doch nicht mein geschäft meine familie spielt dieses spiel schon lange genug und ich bin nicht alleine ich arbeite mit ein paar freunden an flugblättern gegen emily colvin und ihren verfluchten kaiserlichen schutzherren lady bramley nennt ihr werk bastardtochter das sollte bei hoch für unterhaltung sorgen nason battenbridge ist mit strafverfolgung von corvo atano fast fertig ich überlege mein eigenes flugblatt sollte das parlament herrschen ein bescheidener vorschlag zu nennen ja ich weiß sie ist die kaiserin aber selbst die muss sich unter dem gewicht beugen dass wir aufböden werden erst die erst die oberschicht von dunwall dann das parlament und zum schluss die anderen inseln du kannst davon ausgehen anfang des kommenden monats diese werke überall an den wänden der hauptstadt zu sehen und falls du unterwegs bist kannst du sie in da bock da was da bock war alba kanaka col kenny und jahre sehen ich habe überall freunde laura vergiss das nie boll ja deine freunde haben dir aber auch nicht geholfen als der kollege schnüschuldig da unten an die staffelei aufgehangen geknüpfter weise hingehängt hat ne das nehme ich mit es leuchtet und es ist in einer vitrine es ist meins oh voll ein traum munitiones munitiones volles da ein kehrtelein was war das hallo wir sind eigentlich unten noch vitrine die ich aufschlagen kann nur mal so gefragter weise ach dankeschön ruhige stimme ich gebe tatsächlich mein bestes um das so ein bisschen hinzubekommen ist nämlich gar nicht so einfach gerade wenn man sich ein bisschen aufregt und so musste auch ein bisschen also habe auch lange gebraucht um auf dieses stimmlevel zu kommen aber wenn du das sagst dass das gut funktioniert dann habe ich ja bisher alles richtig gemacht und vielen dank ich fasse das dann auch gleich mal als kompliment auf und randalieren gleich mal hier ist nix drin nix 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 dr bestoft hin nix gar noch ein glatt kopf sieht aus wie meiner so einer da war ich nicht der hat unter der glasvitrine stehen kranker bastard was den tod verdient junge so wo ging es jetzt raus da hinten wir eiern mal raus hier auf der tue hier zwei blicks gesehen ansonsten komme ich wieder da liegt einer da steht einer mitbekommen dass die wachen die enorme reichweite haben jetzt darum geht mich zu sehen da können wir darauf davon reiten da sind wir keine hexe also können wir damit auch nie die straße fingen so sehe ich morgen sachen aufstehen aus nur mit bart und ohne haare auf dem kopf aber der gesicht ausdruck passt hier ist gar nichts von unscharf 15.000 noch nicht hinrennen und der heimprämmig da das wäre schadhaft nicht gut für das geschäft die haben alle nix dabei und voll die armen schlucker was haben wir hier das ist ne kasse oder ich mach jetzt aber nicht auf jetzt muss ich den typen hier wegnehmen machen ich wollte ihn nicht erwöhnen alle tüten alle tüten ist das hier futter ratten spiel das sind ja noch dran mädwurst und kies ach stimmt das fing das habe ich auch noch das sind ja unbedingt also das ist ratten spieß gibt es bei mir auch immer weißt du zum abendessen leer scheiße das ist auf befehl der wache gesperrt schnauze gesperrt und was soll ich jetzt machen nicht mein problem bürgerin sie sollten besser nach hause gehen meint auch nicht so ich könnte und theoretisch dann und dann wäre ich da unten glauben sie mir sie doch nicht auf den straßen sein weiter gehen ich mag hier nähe ich muss ich glaube damit kann ich ran suchen zum ziel okay die geht jetzt da rein da könnte ich rein theoretisch auch rein aber frage ist wie vielleicht von da oben im winter kann ich auch hier lang könnte ich eigentlich besorgt ich speichern weil ich schlau bin und angst und und angstlicherweise ängstlich ich glaube da kann ich überspringen aber ich kann hier kann ich da hoch eventuell zum testen schnauze hat er ja gerade hingerotzt alte drecksau wer soll raten ich oder unsere weibliche junge dame die da auch zuschaut ich gehe mal von jung aus da du als endzahl 92 stehen hast deswegen gehe ich da mal vom geburtstag aus darfst mich aber gehen probieren wenn ich falsch liegen sollte Valöl Valöl das ist Valöl Ketten oh ein Kettchen ach guck mal da die sind hier hm ich hab hab also raten ne sorry geht nicht da kannst du auch sagen hier schätzen mal wie lang das ist ich hab ich hab augenkleist das geht bei mir nicht aber ich spiel trotzdem mal mit ich sage ich hätte auch 15 gesagt aber da du das schon geschrieben hast lag ich 16 so äh komm ich jetzt eigentlich lang irgendwie da runter ne hier hat irgendeiner Valöl runter geschleift da komm ich die Treppe runter das das will ich glaube hier ist das Gittertürelein ne ja ne da geh ich nur einen anderen Weg oder versuche einen anderen Weg vielleicht doch die andere Seite versuchen versuchen das hier mal heimlich still und leise und auf diese heimlich still und leise Tour bringen wir natürlich alle um die uns vor das Messer stolpern da komm ich so nicht ruhe den haben wir frei da könnte ich rein thematisch raus keine Mütze dass hier vorne nicht auch noch einer rumstehen eigentlich da liegt einer der schläft aber nur den hab ich nicht umgebracht was eierst du denn da unten rum geschwägt doch nicht du rennst hier nur auf und ab da